Das kannst du der Kamera erzählen. Was? Gurkenglas. Ich hab den Gurkenglasdeckel gefunden. Der liegt da unter der Gabel. Ich hab den wirklich zwei Tage besucht. Ich hatte damals Hunger. Ich habe 15 Gurken gegessen. Warum hast du das getan? Ich hatte einfach Hunger. Ah ja, und jetzt? Jetzt gebe ich keine weiteren Interviews mehr. Jetzt hast du Durst. Jetzt hab ich Durst. Zum Wohl. Das dürfen wir natürlich nicht zeigen. Das ist Dan Jekylls. Dan Jekylls. Mit Ivy. Mit Laco. Mit schwarzem Saft. Mit schwarzem Saft. Wir dürfen keine Werbung machen. Ja klar. Natürlich in einem schönen Rosenthal-Glas. Mist, das ist ja auch Werbung. So ein Scheißdreck. Ach so, und noch einen Tipp. Finger weg vom Alkohol. Ja, ne? Ja. Und wir möchten ja auch keine Werbung machen. Für irgendwas. Ähm. Ach so. Mass Effect. Und so. Wollen wir ja nicht machen. Oh, darüber können wir ja Werbung machen. Das können wir dann da hinzufügen. Das ist ja schon. Genau. Aber wir zeigen aber nicht irgendwie. Das ist übrigens CNC Burfi. Mein Name ist Christian. Gib mal das Ding her. Das ist der Christoph. Das ist der Christoph. Ich bin der Christoph. Und wie gesagt, da werden wir ja nicht darum machen wollen. Für irgendwelchen Art und Sachen. Das ist meine Kartonsammlung. Ja. 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 Das ist hier die... Razor Imporator. Nein, nein. Die Rotor... Ach so, ja. Die Razzor Inhertora. Die Razzor. Die Razzor. Die Razzor. Ja. Gut. Das war's dann. Ja. Dankeschöns. Dann sind wir ja. Ja. Ja.